Hey Leute, in diesem Video fährst du erstmal, wie man seinen Pool reinigen kann, damit danach die Folie und natürlich auch der Boden dementsprechend wieder sauber sind. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich meinen großen Stahlwandpool mal mit einer Winterabdeckung richtig eingewintert. Da konnte ich eigentlich fast alles am Poolwasser drinnen lassen und im Frühjahr habe ich dann auch ein extra Video gemacht, wie ich das Ganze wieder in Betrieb genommen habe. Und da war das Wasser noch relativ sauber. Das schaut bei diesem Pool ohne Winterabdeckung natürlich komplett anders aus, weswegen wir eigentlich keine andere Wahl haben, als das dreckige Wasser hier mal zu entfernen. Zuerst muss ich meinen Schlauch komplett mit Wasser füllen, weswegen ich diesen in das Wasser hineingebe. Und sobald keine Luftblasen mehr kommen, kann ich auch schon ein Ende mit meiner Hand komplett verschließen. Und dieses Ende gebe ich jetzt mal über meinen Poolrand drüber. Und sobald ich jetzt meine Hand nämlich weg mache, wird das Wasser auch schon ganz von alleine nachlaufen. Und der Pool entleert sich. Da unser Pool fast ganz leer ist, ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, um den Beckenrand bzw. die Folie zu reinigen. Ich verwende hierfür am liebsten ganz einfache Zitronensäure. Die nimmt man übrigens auch zum Entkalken von zum Beispiel einem Wasserkocher her. Habe das Ganze mal in lauwarmen Wasser aufgelöst und werde es jetzt mit der schonenden Seite von so einem Schwamm einmal im Pool auftragen. Falls die Verschmutzung übrigens etwas stärker ist, dann können wir natürlich die Zitronensäure auch erst etwas einwirken lassen. Wenn unsere Folie sauber ist, sollten wir diesmal noch mit sauberem Wasser nachspülen, was ich mit so einem Gartenschlauch hier mache. Um zum Schluss den Boden noch zu reinigen, am besten so eine spezielle Reinigungsbürste für Pools verwenden oder natürlich wieder unseren Schwamm. Und um das restliche Wasser und vor allem den Schmutz rauszubekommen, da wäre natürlich jetzt optimal, wenn wir einen Nasssauger hätten. Dann geht das auf jeden Fall am schnellsten und falls nicht, dann am besten mit Eimer, Handtücher und vielleicht noch so einer Kehrschaufel mit einer Gummilippe hier vorne das Ganze entfernen. Falls du übrigens, wie ich auch, eine Edelstahlleiter besitzt und diese reinigen möchtest, dann gibt es hierfür spezielle Edelstahlreiniger. Zuerst unsere Oberfläche damit großflächig einsprühen. Gerne auch etwas mit einem Tuch verteilen. Und nach kurzer Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch abwischen. Im letzten Schritt noch trocken nachwischen. Und das Edelstahl ist auch schon richtig gereinigt. Für die Drittflächen verwende ich übrigens wieder Zitronensäure und einen einfachen Schwarm. Und dann haben wir unseren Pool auch schon richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause einen Kescher, einen Poolsauger oder natürlich auch so einen Edelstahlreiniger oder Zitronensäure zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.